Maxim Klasanovic hält eine alte Blechtasse in der Hand. Acht Jahre lang hat er aus dieser getrunken, als er im härtesten Knast in Thailand einsaß. Denn im April 2011 beging der ehemalige Marketingmanager einer Hotelkette einen folgenreichen Fehler. Ein Freund fragte ihn, ob er irgendwie an Drogen rankäme. Ich konnte ihm zuerst nicht helfen. Nach tagelangen Rumfragen habe ich ihm dann doch eine Telefonnummer besorgt, die ich ihm dann aufgeschrieben habe und weitergeleitet habe. Diese Operation ging so weiter, dass an dem besagten Tag, wo die sich getroffen haben und auch eine Party machen wollten, abends ich auch eingeladen war und an dieser Party mit erschien. Und aber nicht wusste, dass die Polizei dort war. Die Jungs haben sich nochmal Drogen bestellt. Als der Drogendealer ankam mit den Drogen, war die Polizei auch da und ich wurde mit verhaftet. Vom Leben auf der Überholspur mit tollem Jobangebot in Australien, einer glücklichen Beziehung und einer zwei Jahre alten Tochter, ging es für Klasanovic ins Gefängnis. Die Behörden in Thailand sind bei Drogendelikten nicht zimperlich, obwohl Klasanovic ja eigentlich nur eine Nummer weitergereicht hatte. Er hält sich für unschuldig, doch eigentlich hätte er es besser wissen müssen. Ein schlechter Rat seines damaligen Anwalts führte dazu, dass er schließlich verurteilt wurde. Ja, ich habe erstmal nur Sipsam verstanden und Sipsam heißt 13 auf Thai und dann habe ich gedacht, oh super, 13, 13 Monate und ich dachte, ich gehe. Und dann hat aber dann der Verkäufer und der Käufer, die neben mir waren, dann auch geschockt reagiert und gesagt, nee, das sind keine 13 Monate, das sind 13 Jahre. Über diese Zeit hat Klasanovic nun ein Buch mit dem Titel »Der König darf nicht sterben. Mein Weg aus Thailands hertestem Knast« geschrieben. Darin beschreibt er die Torturen, die er als Ausländer hat durchleben müssen. Meditation und Yoga haben ihm dabei geholfen. Wahres Glück kommt nicht von materiellen Sachen. Dieses Glück ist nur auf kurze Dauer. Das wahre Glück, das man tagtäglich hat, steckt tatsächlich in uns drin. Und das durfte ich eben im Gefängnis lernen, dass ich halt, ich bin im Gefängnis so rumgelaufen, als ob ich nicht im Gefängnis wäre. Leute haben mich gefragt, Micky, wieso lächelst du dir jeden Tag? Wieso siehst du so aus, als ob du nicht im Gefängnis wärst? Und das war halt wirklich dadurch, dass ich täglich was gemacht habe, um dieses Glück aus mir rauszuholen. Und das würde ich gerne weiterhin auch anderen Leuten lehren. Seine vorzeitige Entlassung hat er dem Tod von König Bumi Bohl zu verdanken. Eine Amnestie erlässt den Gefangenen einen Teil ihrer Strafe. Einige Erinnerungsstücke konnte Klasanovic aus der Haft herausschmuggeln. Fotos, seine Flipflops, den Gefangenenausweis. Und die alte Blechtasse, die ihm sogar mehrfach geklaut wurde, aber immer wieder ihren Weg zurückgefunden hat. Das ganze Interview mit ihm lesen Sie bei BILD+.